Wer hat wohl die Hosen an in der Beziehung? Kommen wir aber zu dem Zeitpunkt zurück, wo uns jemand ein Loch in die Torte gemacht hat. Der Videograf und die Fotografin haben gesagt, nutzen wir den Zeitpunkt, greif in die Torte rein und gib das Stück deinem Mann. Haben wir auch gemacht und gemerkt, dass die Torte einfach wirklich sehr, sehr lecker war. Danach gab es noch einen richtig schönen Kuss, der erste Kuss auf Social Media von uns. Dann nochmal zu dem Zeitpunkt zurück, wer die Hosen an hat. Ich hatte meine Hand oben, ob das jetzt was bedeutet, keine Ahnung, aber das bedeutet, dass ich anscheinend die Hosen an habe. Sagen wir mal so, er hat es nicht gecheckt und dann hatten wir noch voll die Probleme, wie wir unsere Hände machen sollen, während wir uns das Kuchenstück in den Mund geben. Irgendwie hat er dann auch nicht mehr aufgehört und mir ein Kuchenstück nach dem anderen in den Mund geschoben. Er war wirklich lecker, der Kuchen, aber irgendwann konnte ich nicht mehr und dann durften die Gäste ran.